So, Aufnahme läuft. Ja genau, also I will make you tilt, der ist komisch. Ja genau, also I will make you tilt. Ah, hat er mich. Oh, also wenn ich jetzt im Spiel auch so drücke, bin ich zufrieden. Ja genau, ich will mal abwarten, wo die hingehen. Ja genau, ich will mal abwarten. Jetzt hab ich hier Tipps stehen, verwahren sie die Bombe. Nein, voll gut. Oh, hast du den ersten Headshot ey, der war richtig gut, der war richtig gut. Das ist mein zweites Spiel mit meinem neuen Rechner. Dann auch noch mit Russen, ja. Okay, what the fuck. Okay. Der eine hat mir grad instant zwei Deagle Headshots gegeben. Was ist denn der? Ich denk der wird Onspot sein. Äh, nicht Onspot. Spawn. Oder A. Okay. Da um. Nice. Jetzt spielen wir mit lauter Russenschädeln zusammen. Na ja, das war auch nicht so toll. Hatte mal ein Spiel, das sind immer gut aus gewesen. Aussehen. Ja genau, der holt mich durch die Smoke. Und stoppt. Also zwei waren... Genau da. Wie gehst denn du ab, ey? Ja. Was ist dein Main jetzt für ein Rang? Ähm, GMG. Oh. Wieder. Schade. Ja. Ja, hast du. Ja, hast du. Ja. Dieses BM immer. Ich versteh das nicht. Wie man da irgendwie so einen Taser rausholen kann und sowas. Anstatt irgendwie safe zu spielen. Wie man da... Das war's. Da war einer. Alter. Ich weiß nicht. Warum steht da wieder eine Bombe bewacht? Also, Russian Patriot ist echt irgendwie scheiße. Wenn man den Kack ausmacht. Willst du den kicken? Nur mal den kicken? Nee. Bist du eine Runde? Wir gehen. Er wird eine Flur. Er wird eine Flur. Er wird eine Flur. Alter Du bist Olli Diegel, oder? Ich habe kein Geld Oh, kannst du mir was mitnehmen? Oh, ne Oh, ne, die Arbeit kannst du behalten Ich hoffe, dass es jetzt aus ist Das habe ich gerade auch so gesehen, ne? Oh, das ist Alle gar, jetzt bin ich der Letzter, ja. Für einen geilen Start gehabt. So. Stich dich auch. Sound zu laut gewesen, oder was? Nee, die haben die ganze Zeit gelabert und da kommt eh nix sinnvolles bei dir. Hast du gemütet, oder was? Ja. 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 Oh, er hat keinen Kate dabei. Oh, Mann. Mit Kate hätte man es geschafft. Oh, er hat keinen Kate dabei. 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 gestorben sie ist ich stehe da wo ich bin alle tot wird alles trocken das ist das mitte die stars nicht einmal getroffen sauber oh du bunnyhopper du fucking smurf woher weißt du das dass du es muss das vielleicht ein hacker wer hat er denn jetzt geil und der legt eine feuergranate entweg hä? lohe? geiler stattdessen ab 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 Messer der den, äh, für krank. Ich bin der Letzter! Ja, Hammer, äh, Kill. Da musst du ja verleißen. Ja, toll. War jetzt einfach ein Panther. Pentacle. Oh, wir sind hier zu dritt. Schön. So ungefähr? Ja. Sorry, mate. Doppelkill, kill, kill. Hm, die gute Send irgendwas. Okay, reported. Oh, was ist das? Ah, da voll ins Kreuzfeuer. Einer geht Richtung Banane, einer hockt nach unten in dieser Scheißgrube. Ich glaube, die gehen zu B. Du läckst aber auch mal nicht mal, oder? Keine Ahnung, wem es liegt. Vielleicht wegen der Aufnahme? Wenn sie jetzt A gehen, dreh durch. Die gehen A. Oh, da ist ein Niki bei einer... Und wo? Ich weiß es nicht. Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? 18 18 19 20 21 23 23 24 Pah! Boah, hast du das gesehen, ey? Boah, krieg ich Kopfschmutz noch, ja. Boah, ich habe zwei Bananen gesehen. Einer Bananen hat Hit. 54, zwei. Da waren noch mehr, gell? Sauber. Good job. Ich habe einen Schmutz. Throwing fire. Throwing a grenade. Throwing fire. Grenade out. Flashback. In Sanctuary out. Flieger, smoke. Grenade. Smoke. Einer ist hinter diesem Heulgedönswagen. Flashback. Alter. Good job. Du hast mich gerade erschrocken, der Typ da. Na, ich glaube, wie es ist. Schrecklich zusammenzuckt. Ah, ich habe keine Kohle mehr. Kannst du mir was drop? Ja. Ja. Er hat über 8000 oder so. Was? 12.000 hat der. Kauft nichts. Deploying flashback. Grenade out. It's anjuring. Throwing fire. Deploying flashback. Flashback. Deploying flashback. Throwing a grenade. Throwing smoke. Deploying flashback. Deploying flashback. Dieser Hund irritiert mich so extrem. Ja. Blitzen 2.000 Bahnen, ist er. Ja, sind sie auch Blitzen am Leben? Ja. Auf B. Jetzt sollte man sich eigentlich absprechen, aber wir gehen einfach dahin, wo die Rosen hingehen, oder? Mhm. Einfach mal denen. Das ist nicht genug. Nein. Das ist ja. Na, ha. Das ist ja. Nein. Alter, knallt mich erstmal weg hier. Nee. Was ist denn dein Astrosaur oder du hast Nähe? Ich wollte Messer. Achso. Du darfst dir überlegen doch. Oh, jetzt kommt meine Lieblingswaffe. Hier, guckst du dir an. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Ja. Mit der habe ich letztens einen Paterkill gemacht. War so episch. Da weißt du immer nie, wo die hingehen. So lame. Ja. Und hoch. Alter. Krass. Konnte der niemals wissen, hä? Kommt rausgerannt und triggert mich instant, hä? Ja. Du bist tot. Na, Bumpe bleibt erstmal stehen. Geil. Weg zurück wieder. Oh, jetztpletten wir einen Assist. also what the fuck 86 in 3 danke oh Gott ach kacke the good old bison muss jetzt richten immer erstmal die vorlaufen lassen und dann hinterher so da hat eine Neave kann einer sein dachte ich mir das noch einer ach der hat den schon okay 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 magst du eine Silent N4 ungern ungern oder gern okay dankeschön ich wüsste jetzt nicht was du gesagt hast ich hab ungern verstanden hab ich ja gesagt ungern ach so ich wüsste jetzt sicher ob es gern oder ungern war ich wüsste jetzt sicher ob es gern oder ungern war 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 die von dir oder was ja lol der letzte ist auch weh gewesen der letzte ist auch weh gewesen was soll denn die scheiße der ist hinter diesen zweiten fässern da diese wo längs liegen ach so ist ok ach schieß mal diesen hund der immer knurrt der ist so von raus wie kann ich letzter sein ich war so gut die letzten runden ach kotzbröckel ach man schweißt seine AWP hin keine Ahnung da läuft nur mit das das Igel rum ok also irgendeiner steht Mitte und amt auf dem Spot Richtung Banana Pass auf oh ich seh nix ich geh mal die Bombe holen können wir die Bombe da hinlegen ey Idioten oh loo da kann man nicht mehr weil er mit Absicht gemacht hat Idioter wir müssen den nicht suchen Testbalkon ähm auch auch aber ja hast du diesen krassen move gesehen? Was geht los? Es wurde dann nur der Chat voll gespammt. Bleib jetzt hier und fang die Bombe. Ah, ich hab sie ja. Gib die bloß nicht her. Gib sie wieder her. Tester. 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 Ah, schade. Der hat mich aufgestiegen. Wir werden das tun.